wir haben ein restpostenmaket bestellt für 20 euro es müssten 100 teile drin sein und es liegt ein kilo steht auf jeden zettel ja dann öffnet man kriegst nicht auf vorsichtig das erste ist ja so eine werbung sozusagen so das ist noch verpackt das ist ein das nächste ist ein ring für mädchen mit einem herz aus plastik das riecht aber so nach china da ist irgendwie sowas wie flummi so kunststoff ist das riecht nach kunststoff so china ist irgendwas drin vielleicht kannst du löcheln das ist aber auch so ein bisschen dreckig ja schon so ein paar das ist genau ok weiter an rolex eine kleine spieluhr für die hand glaub ich so für mädchen das nächste fliege nennt man die zum beispiel für partys oder so dafür kostümpartys oder sonst was zum beispiel das ist ein puzzle das ist auf niederländisch oder wie man das das ist ein ein puzzle nehm ich mal löwen puzzle löwen puzzle das nächste ist was ach du die kinder blablabla ach komm dann mach ich noch auf auf dann mach mal auf ja ich glaub das ist wie eine granate irgendwie sowas oder das ist für wasser weil da ist ein loch und man kann doch auch ja für wasser wenn du machst du schon wasser rein dann so wie so eine wasserpistole sowas ähnliches ja so weiter kommen wir zum nächsten ah das ist dieses äh ding wie nennt man das äh zum spielstil warte und warten so das nächste ah das ist eine jojo mach mal auf auf das machen wir jetzt mal nicht auf dann so ein so ein das ist eine jojo kein ahne ein bild irgendwas das nächste ist das ist so für das fürs schlüsselanhänger das schlüsselanhänger das ist glaube ich so ein fotoapparat oder so also mach mal drauf ja auch aus china ah da kann man da ist so ein zeig mal so ein da sind bilder das nächste ist glaube ich so ein spiel das muss man glaube ich so zusammen trusseln oder wieder wann das nehmt muss man das zusammensetzen glaube ich ja und dann kommt das nächste habe ich schon raus so eine schildkröte was auch immer das sein soll keine ahnung das nächste ist wie soll ah das ist das das ist so was man kann das ah das kenne ich noch das hatte ich auch mal früher als Kind ok ist das nicht rein das geht nicht rein glaube ich ah doch wo ist das so du machst es so und dann lässt es los und dann fliegt das ja das kann man auch für ein Video verwenden das ist so ein prank so eine spinne oder mann der schreck damit zum beispiel jemand jemanden so das ist so gummi irgendwie so ja die füße sind so gummi das ist so weich dieses fingerding das kann man schon auf irgendwo drauf geben an der wand oder so vielleicht klebt das ja das ist so ein prank scherzartikel das kann man auch gut gebrauchen so das nächste ist was ich so rein und dann schießt es jetzt ist es weg so als nächstes kommt so eine hand die lebt an der tapete aber die macht das machen wir nicht weil das macht solche öligen flecken das nächste es ist so ein armreifen das kenne ich noch von früher aus der kindheit mein hoch das so auf die hand einfach nur die ist ja die sauer die ihn ist aber lass mal nicht alles aufmachen muss man so man muss schon zeigen testen weiß man das sind keine ahnung das ist das ist glaube ich für wenn man da rein pustet das ist das das ist das so dreh ich hier ich muss rein pusten denn sind die laute oder sowas ja zauberstab ja eine zigaretten zigarette ah da kann man glaube ich die zigarette rein stecken und dann oder und dann ziehen also ja wenn man mal irgendwann austesten